So, Moin Pyrus, willkommen zu einer kleinen 2,49 Euro Patze Ousomaldi, und zwar der Eruption. Bin wieder gespannt, wie diese so ist. Die Batterie kann man eigentlich auch nicht viel mit Fallen sparen. Oh, ist ein bisschen vom Wind her verweht, aber... Ja, hätte ich jetzt tatsächlich mehr erwartet. So, die E-Rapschen aus dem Aidi.